und weiter geht es mit einer besonders knusprigen folge ww classic hardcore wir sind vor bock startenfang ich habe mir schnell eine gruppe zusammengesucht hat relativ schnell sogar funktioniert und wir gehen rein leute wir gehen rein ich hab bock drauf ich habe aber leider keine quest füllt mir gerade so ein ich hoffe die können die gleich mit mir teilen ich hoffe es doch ich musste mal nachfragen leider wurde ich geportet also leider ist eigentlich ganz geil ich hoffe es annehmen annehmen und schnell jetzt zwei schon mal so da kriegt man einen kleinen bonus von mir okay das sollte auch passen so zwei quals sind doch schon mal vernünftig aber wenn ich jetzt hier schauen würde hier ist keine verfügbar gut dann sollte es passen ich habe meine tränke drin wo Warte mal, ich muss doch irgendwas zurückgeben. Eigentlich, ach egal. Okay, die sind hier auf jeden Fall ultra low. Ich kriege eigentlich ohne Probleme weg, natürlich keine Erfahrung. Okay, dann hoffe ich mir die schon wieder reinhauen. Ich wollte eigentlich einen anderen geben, aber egal. Ich hau mir hier wieder zurück. Das ist glaube ich jetzt ein bisschen zu stressig gerade. So. Ah, leichtes Leer kriege ich bestimmt raus, ne? Aber, oh doch, wird da sogar. Da muss ich reingeiern. Ich habe kein Ziel. Da kann ich meine Finger nicht von lassen. Nicht genug. Brauche mehr Luft. Nicht genug Luft. Hallo? Brauchst du mal zu, Bro? So. Okay, das war jetzt ein Start, der ein bisschen durcheinander war. Aber so weit, so gut. Die sind ja eh easy, ja? Am Anfang sind die ja eh ultra easy. Gehe ich mal Erfahrung. Eigentlich gesagt erst für Erfahrung hier. So. Naja. Also wir haben, jetzt sehe ich natürlich keine Prozente. Aber wir können es ja merken hier. Wir sind in dieser Area. Sollte passen. Dass wir das so ein bisschen einschätzen können. Also vor dem Pfeil. Das merken wir jetzt mal. Mal schauen, wie viel wir kriegen. Schauen, wie viel Erfahrung es gibt. Oh, die Woche können wir auch holen. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui ich fühle mich sehr träge gegen den anderen gegenüber so ist es halt nieder mit axt das ist standard jetzt haben wir hier schönes brauche ich nicht brauche ich nicht heute gerne ich bin schon ein geier so okay das war schnell keiner der sonst heute ich will mich nicht beschweren mehr für mich nichts schatten zauber die gut verkaufen können wahrscheinlich eher was zum entzaubern hat uns ja eigentlich was gegeben das jetzt war der hexer ich weiß es gerade nicht müsste auf jeden fall der hexer gewesen sein oder aber egal egal wir lassen das jetzt erstmal ok jetzt gibt es doch wieder erfahrung schön drauf kloppen gar nicht machen ich bin so ein geier ich bin schon ziemlich gierig aber so ist das leben leute so ist nun mal das leben so kommt und da kommt schon der nächste ok weil natürlich alles noch sehr entspannt ich würde gern holten leute ich möchte eigentlich ganz gerne holten ich kipp schon um jetzt haben wir hier das ist nicht so das teil ja das gab ordentlich ich muss nie und komm rein dippen einmal ach so das ist ja noch einer ich kann euch ganz gerne mal spalten danke ach komm ernsthaft ich will ich wollte eigentlich gar nicht drauf schlagen ne so genau schon mal drauf hauen hier und rein dippen ja aber so weit läuft auch gut nicht genau gewohnt ist so weit ist es sehr entspannt bisschen wie wellness ähm hau ihn weg schon so ein geier ne das kann ich nicht liegen lassen leute das kann ich doch nicht einfach so liegen lassen ich muss zuerst etwas anbieten das ist so dann geht es auch direkt weiter das ist auch eine frechheit so danke nicht genug genau und her mit dem pferdchen und her damit und her damit droppt mich irgendeiner eine tasche von denen oder so oder war das erst später ich meine die droppen doch taschen oder einer keine ahnung ich weiß es nicht mehr ich hatte irgendwie grad sowas im kopf mit taschen oh meh na gut ob Sache für mich ist schön Leder drin geht dann keiner in die Kiste naja mehr für mich nachhoof ist aktiv dann passt das soweit kann ich noch nicht tun super schon im kampf ich bin aus der reichweite kann ich noch nicht tun kann ich noch nicht tun kann ich noch nicht tun so hau mal rein und noch mal rein dippen bis jetzt gab es noch nicht viel erfahrung ne aber wenn ich ein level aber vielleicht gleich vielleicht gleich kann ich noch nicht tun vielleicht sieht es gleich besser für uns aus wenn wir denn hier schönes einhändig ist ein cooles schwert was aufheben gebunden na gut jetzt habe ich denn hier schönes kultern die sind säbel gefunden ja stopp schulter nein tauschen verkaufen wollte ich sagen noch irgendwas das können wir auch verkaufen was ist denn hier die hatte ich mir damals aus dem aktionshaus gekauft um auch versterben so und er kriegt auch noch mal einmal spalten wir nicht danke das läuft das läuft das läuft auch ganz gut sehr angenehm das ist easy leute das sollten wir doch alles easy packen war ich zu weit weg gerade? ich glaube ja ne so herr mit der haut kann ich noch nicht tun vielleicht einfach ausweichen hier schon wieder ne was haben wir denn uuuu uuuu bedarf uuuu uuuu jetzt kommt langsam mal was nettes aaaaaaah der würfel 99 und ich würfel ja Müll schade das wäre ein richtig geiler ring aber gut ist der tank hat er vielleicht auch verdient hat er irgendwo auch verdient schade das ist für richtig geil gewesen aber was soll man machen so her damit her damit und her damit komm raus damit komm raus damit Moment mal ein männlicher succubus den classic gibt es die jetzt auch ist mir grad nicht aufgefallen ist mir gerade erst aufgefallen mal mal aha aha okay interessant ist alles so weit gut oder gut oder das hat geschrieben mal ich brauche ich brauche ein so stoffen wir hier nach oben nicht genug gebraucht ja den hauen wir einfach so weg da machen wir keinen verwunden drauf der wird so weg geballert was haben wir denn hier schön das ist eine zweihändige meines aber meines aber echt besser schade ich hätte gerne was mit stärke gehabt ja warum kann ich keinen schlafen machen achso ich bin zum schweigen gebracht ok ich wollte schon sagen ich bin zum schlafen ich bin zum schlafen und jetzt aber schon wieder kann ich das nicht tun ok ist das der schöne schwere rüstung meins ist da auch besser dann gieren wir auch drauf kann ich das nicht tun kann ich das nicht tun Das war einmal zu spalten, danke. Okay. Ich bin noch auf Gier, ne? Das ist nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. So, habe ich irgendwas Unnötiges. Warte mal, ich kann mir mal Buffhut reinhauen. Ja, die Tränke hier. Vielleicht werfe ich später raus. Ich kann es auch nicht genau sagen. Wir werden sehen. Wir werden sehen, was der Dungeon so mit sich bringt. Also bei Spinn und Kampf, kein Sturmangriff. Karte. Und da muss erst mal Nisa kommen, Leute. Mal sehen drauf. Wir balten einmal. Wunderbar. Achso, da ist noch einer. Hindericht mache irgendwie so wenig Schaden, ne? Kann nicht mehr. Warte, wenn ich jetzt den hier mache. Ist ja fast gleich. Warum hat es jetzt hinrichten nicht so gut gekrittelt? Oder keine Ahnung. Irgendwie kaum Schaden gemacht. Verschlossen. Schade. 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 Jetzt nicht runterfallen. Ich meine, man kann ja doch aus dem Dungeon rausfallen, oder? Oder war es nur oben auf dem Dach? Ich weiß es gar nicht mehr. Könnt ihr mal schreiben, wenn ihr es noch weiß. Äh, äh, wisst. Weißt. Natürlich weiß. Natürlich weiß. So, okay, noch ein paar Wunden drauf. Ansonsten sieht doch alles soweit ganz gut aus. Ich will nur richten. Das ist ein guter Stab für den Druiden. Wenn ihr den schon hat. Oder wenn er nicht sogar einen besseren hat. Kann auch durchaus sein. Genau. Gib mir mal die Schlapphaut. Oh ja. Das hat sich doch gelohnt. Das ist so weit entfernt. Ja, hallo. Danke. Kann ich noch nicht tun. So. Spalten macht sogar mehr Schaden als in der Richtung gerade. Warum auch immer. So. Dann sammeln wir mal ein bisschen Wut hier. Werd mal wütender. Okay. Natürlich. Was denn noch sonst. Ich sag hier. Ich mach irgendwie gerade. So gut wie kaum Schaden. Was war auch. Die auch 100 macht. Was ist denn los hier auf einmal. Was haben wir denn hier Nettes. Doch. Waffenhand. Brauche ich nicht. Gut. Also ich bekomme gerade irgendwie gar nichts. Ne. Ich geh irgendwie leer aus heute. Achter Platz. Tausche. Gut. Für mein Twink. Ist das ja in Ordnung. Aber jetzt auch nicht so der Burner. Auch nicht so geil. Würde ich lieber irgendwie. Ein nettes Rüstungsstück kriegen. Oder so. So. Nochmal spalten. Geht klar. So. Dann lange ich gerne nochmal zu. Nicht nur. Auf der Wut. Ja. Ja. Ich weiß. Einfach wütender werden. Bro. Werd doch einfach wütender. Was ich ja schon erledigen mit dem Wut. Dann sind doch alle happy. Nicht genug Wut. Ja. Werd doch einfach wütender. Ja. Da bleib ich gerne stehen. Weil dann kann ich hier noch einmal sammeln. Und weg. Ja. Mit der Schlapperhaut. Ja. Ich glaube ich bleib mal hier. Ah super. Ein Sturm leider. Fehlgeschlagen. Immun. Ja super. War ja irgendwie klar. Ich gönne mal den hier. Ja. 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 Ich guck mal. Also mehr circulatur. Ichcówf fähig. Ja. Ja. Ach, die habe ich schon wieder vergessen. Guck mal. Was ein Lappen ich doch bin. Ja. So. ach so okay wir sind komplett hier stehen bleiben ich verstehe du bist wieder auf dem falschen na klar natürlich natürlich ich gönne mal den hier demoralisierung sorry sorry not sorry hinrichten irgendwie keine ahnung was soll ich sagen und weg mit dem zur außerordentlich stärker auch nicht so heftig wird immer schön gehäutet ein zauberer hat er gefahren kommt er nicht ach so er kämpft ganz nicht alleine der tank zieht uns durch den dungeon durch leute durch die instanz auf ganz entspannt aber Burgschatten fangen ist echt so lange her ne aber sehr geil wie ich finde also Burgschatten fangen gefällt mir mega so komm weg mit dem in Richtung weg also wir machen auf jeden Fall gut geld hier ja wie kein fahrzeug ach jetzt habe ich schon wieder verbunden auf dem falschen gemacht wir sollten mal spalten das ist ein wunder das ist ein wunder leute das ist ein wunder leute so so kühlschnau wieder mal ein bisschen vielleicht werfen wir den Zahn raus oder das vielleicht ich weiß es noch nicht na ja passt schon ja super genau in der ecke drin da ging leider kein ansturm leute schade schade sind das hier schönes das ist ein geiles schurken teil beiden geht hier aber nicht schade schade so ist das leben leute so ist nun mal das leben aber viele mittleres leder das ist echt geil das muss man schon sagen wir werden verwöhnt ja auch easy ne auch wieder so eine easy geschichte wer wagt es die söhne von arugal zu stören das ist euer untergang fremdlinge den brauch ich jetzt auch nicht unbedingt aber die haut ich würde sagen wir gehen hier rein bücher war eine andere quest ne die wir glaube ich nicht haben aber so ist das leben so ist nun mal das leben leute aber gz schreibt doch gerne fällt mir gerade so auf es ist mit den leuten geworden früher hat man sich immer gz geschrieben bis heutzutage vielleicht nicht mehr cool ist heute einfach nicht mehr cool leute ist nicht mehr hip ich dachte schon der kommt jetzt nicht mehr hoch und einer ist schon 38 so weg mit dem hier gibt es leder hier können wir ordentlich abledern auch eben sehr viel ne mittleres leder ist schon echt gut macht es schon echt gut cash und hier spalten wir jetzt mal ein bisschen hier wird es erstmal schön gespalten und weg heute 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 nein ja doch so weg mit dir okay läuft doch alles easy leute es ist doch alles kein problem sind wir schon fast durch ne aber irgendwie die beute ist nicht so krass ne irgendwie ist der luke nicht so geil ich brauche ein ziel naja und stehen heute sehr gut gibt ihm zwei mittlere leder yes sehr schön ja wie gesagt also es war sehr easy ne erfahrungstechnisch aber ob sich das gelohnt hat es macht auf jeden fall mehr fun als immer nur questen so bekommen wir eine abwechslung aber ob es sich mehr lohnt ich würde sagen nein keine ahnung kram ja auf jeden fall nicht genug um lute könnte sich hier mehr lohnt aber ja ich bin heute sehr armen ausgegangen also ich habe nicht so gerne kram bekommen dafür ordentlich leder danke das nehme ich ja wenigstens doch mit ok auch ihr sollt dienen okay gut Sehr schön. Wow. So. Alles klar. Jetzt haben wir hier ein Dolch. Das war fies, Alter. Das war richtig fies. Ja, tut mir echt leid, der Kollege. Okay. Ja. Können wir nichts mit anfangen, ne? Das war echt fies. Ah, kann man nichts gegen machen. Ich dachte schon, was geht denn jetzt ab? hmmm so ist das leben wief er hat sein leben gelassen? ich glaube der ist ins ende raus gegangen, ich dachte ich sage jetzt gerade erst mal Ich war ein bisschen... Oh nein, warte mal. Muss ich hier abgeben. Noch mit dem Zeppelin hab ich eigentlich keinen Bock. Warte, noch mal raus. Nee. Hinter pull ich ein Elite oder so. Nee, nee, nee. Der läuft raus, ne. Ich geh lieber ganz normal klassisch raus. Mit dem Ruhstein. Da müsste ich leider laufen. Aber ich würde sagen, das war's auch mit dieser Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Rest in Peace in die Kommentare für den Kollegen. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.